So, hi Freunde, endlich geht's wieder in Winterfeste. Wir können hier jetzt die frohe Botschaft verkünden, so nennen wir sie jetzt einfach mal, und so schnell wie möglich zu Tollf dir kommen. Oder auch nicht, aber was zur Hölle ist hier los? Ja, was ist los? Wir versuchen gerade hinein zu gelangen. Dafür wird er zahlen, das kann ich euch versächern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Ja, gerne, aber vorher erstmal was ganz kurz schauen. Und zwar... Wo steht denn das? Ist das bei Anzeige? Warum sehen die Untertitel aus? Ich will, dass es beseitigt wird. Ich will wissen, was er da drin macht. Äh, ja, ich weiß, wo der Stab des Magnus zu finden ist. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen beenden, was auch immer davor sich geht. Okay. Was soll ich denn tun? Was ist am Stab des Magnus so wichtig? Ich weiß nicht. Wenn der Augur es vorgeschlagen hat, muss es einen guten Grund geben, ihn zu finden. Es tut mir leid, aber ich sehe da keine Verbindung. Ich irgendwie auch nicht, aber... Gehen wir erstmal... Aha. Der hat ja alles unter Kontrolle. Okay. Und jetzt? Was jetzt? Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Also gut. Okay. An Kano, hört sofort damit auf. Ich befehle es euch. Ich befehle es euch. Ich befehle es euch. Ich befehle es euch. Das ist ja echt abnormal, dieses Teil. Ach du Heilige. Ist euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Äh, ja, mir geht es gut. Danke. An Kano macht etwas mit diesem Ding. Dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Zabos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden. Und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Äh, was ist passiert? Und Explosionen? Wie lange waren wir bewusstlos, hä? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Zabos. Ja, wird gemacht. Äh. Das ist sehr mysteriös jetzt. Fast schon ein Fall für Galileo Mystery. Aber... Was ist geschehen, ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Teuf dir, du blinder Hund. Ich bin hier. Ähm... Es ist an Kano. Irgendwas hat er mit dem Auge gemacht. Keine Ahnung. Bei den neuen ist er dafür verantwortlich? Der Erzmagier tot? Da ist doch mehr. Es ist etwas mit Winterfest geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was an Kano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch. Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Okay, wird gemacht. Mirabelle ist drin. Ist er tot? Das weiß ich noch nicht. Noch nicht. Aber jetzt erst mal die Stadt beschützen. Was ist los? Was ist dort drin geschehen? Es hat Boom gemacht. Ja, irgendwann ist es schief gegangen. Und, ähm... Ja, die Stadt könnte in großer Gefahr sein. Kannst du mir da irgendwie helfen? Winterfeste könnte in Gefahr sein? Seht euch doch um. Ich würde sagen, das steht außer Zweifel. Gehen wir dort hinunter. Wir müssen etwas tun. Ja, aber schnellstmöglich. Wir dürfen nicht zulassen, dass diesen Leuten etwas passiert. Müssen wir das? Okay. Ich bin gespannt, was den Leuten passieren kann. Durch diese Explosion. Ach, du heilige. Ach, du heilige. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ich brauche Magie. Magie, Magie, Magie. Magie, okay. Ähm, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Feueratem, Feuerblitz. Feuerblitz, das klingt doch... Das klingt doch gut. Okay. Nein. Okay, nee, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Ja, jetzt brauche ich Magie. Magie, kann nein. Oh Mann, ey. Zum Kotzen mit den Dingern. Echt zum Kotzen. Äh, Farmer Schild und Farmer Schwert. Nochmal, bitte. Noo, ey. Ja, dann kommt mal her. Dann kommt mal her, meine Freunde. Ach, du heilige. Ja, auf, komm. Ich versuche doch nur die blöden Dinge mit dem scheiß Feuersturm zu zerstören. Aber es ist anscheinend nicht so einfach. Und Energie habe ich auch keine mehr. Also, nee, Ausdauer. So. Los jetzt. Ja. Töte die Kreaturen, die Winterfest daheim suchen. Ach, du. Lang kann es nicht mehr dauern mit denen. So. Okay, der eine noch. Das hat ihm gar nicht abgezogen. So, okay. So, ey. So, ey, shit. Icy shit. Okay, ziemlich unübersichtlich jetzt gerade. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen. So, du jetzt. Komm her. Ich glaube, die werden uns umbringen. Oder dich. Ach, du heilige Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, komm. Ein Schlag noch. Wo ist der? Wo ist der? Der, da ist es. Komm her. Okay. Zwei Stück noch. Zwei, Gottverdammte, von diesen komischen Viechern. So, ich brauche, ähm, Dingens. Äh, Heilung, Heilung, Heilung. Oder nehme ich... Hiervon? Ja, hier müsste ich doch irgendwo Heilung haben. Äh. Wo habe ich's denn? So. Okay, okay, okay. Jetzt seid ihr da und... Stirb! Ja, komm jetzt. Einer noch. Ein, ein Tiger. Wo ist es denn? Da. Äh, was ich mach? Was macht der denn da? Der kämpft mit den Fäusten. Du stehst mir im Weg, Mann. Los, komm, einmal noch. Du stehst mir auf eurer Seite. Du stehst auf jeden Fall auf der falschen Seite. Boah. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie jetzt mal eine bessere Waffe. Irgendwie brauche ich eine bessere Waffe. Da schaue ich dann später mal. Der sieht ziemlich aggro aus. Aha. Cool. Was kann ich damit machen? Ne, die Eisdinger nehme ich jetzt nicht mit. So, bei Mirabelle melden. Wo ist denn die? Ach, die ist da oben, genau. Genau. Okay. Dann melden wir uns im nächsten Part bei Mirabelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.